Ich fühle mich in seiner Nähe unwohl, sogar verängstigt, weil er anwesend ist, scheint alles, alles, das ich von dieser Welt kenne, Leute, den Tod, soll er mich selbst, unsinnig zu sein. Ich habe keinen Bezugspunkt, niemanden, auf den ich mich verlassen kann, außer kann selbst noch so eine zufällige Begegnung, oder vielleicht doch nicht ganz zufällig. Und dann noch der Eintrag 1 von der Waffenkammer. Man sagt ihnen, dass sie überlegen seien, dass sie aus Stahl seien, nicht aus Fleisch. Und deshalb habe ich Mitleid mit ihnen. Wofür leben und sterben sie? Die Idole der Vergangenheit sind längst tot, aber man sagt es ihnen nicht. Die Sprüche, mit denen sie kommunizieren, sind in der freudigen Welt bedeutungslos. Man verbietet ihnen zu reden oder auch nur frei zu denken. Jeder, der Fragen stellt, ist ein Verräter. Jeder, der sagt, dass das Leben außerhalb der roten Linie besser sei, ist ein Spion und Saboteur. Sie müssen alles Menschliche an sich verbergen und wie alle anderen werden. Aber es gibt hier auch Leute wie André den Schmied. Leute, die es ablehnen, die Hoffnung aufzugeben und ausharren. Wenn ich in seiner Haut stecken würde, wäre ich längst abgehauen. Warum ist er noch hier? Hat er Angst, aus seiner Flucht erschossen zu werden? Okay. Also, wichtige Fragen, ja? Wichtige Informationen, Hintergrundinformationen. Die finde ich doch nochmal sehr interessant. Ah, Munition. Oh. Jetzt erklärt sich das, was in diesem... Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Stärkensperren versehen. Nicht einmal einen Mauskantum. Äh, Kevin, ja? Ich werde die anderen Teile auch noch spielen. Ich habe alle Teile... Versuch unsere Läden. Füll dein Arsenal auf. Alles klar, Bruder. Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gefühle braucht. Also, ja, ich werde alle Teile spielen. Was ist das denn? Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Die Hellsink. Was ist das denn? Okay, es gibt schöne neue Waffen. Der Höllenhauch, was ist das denn? Kugeln von Kugel lang und unglaublich. Wie schön, der hier dauert etwas, ist das, den Akku aufzuladen. Okay, krass. Oh Gott, das Schiene kann man auch noch halt. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Also, wenn ich die hier anpassen kann. Wieviel kostet denn der Schalt? Den war 30. Einen 30er habe ich dafür. Das ist okay. Was ist das denn? Ähm... Zweifache Zügeloptik. Ich finde das, was ich eigentlich habe, ganz okay. Ich würde das hier gerne eintauschen. Nur gegen was? Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Die Tichar ist die... Also, die Hellsink ist ein Trommel-Luftdruckwaffe. Das heißt, die schießt wohl schnell. Das ist dann diese Sniper-mäßige. Doppel- und die Dublet. Der Traum, den kennen wir ja schon. Das ist die AK, die haben wir. Genaues leistungssteiger Sturmgewehr, dass ich besonders für Kämpfe bei mittleren Affärmen bin. Ähm... Zwei weniger Lärm- oder Sprüchefelder, aber früh auf den Boden. Und den Bassert haben wir und den Höllenschlauch. Den Höllenschlauch kann ich gar nicht einschätzen. Mich interessiert aber die hier tatsächlich gerade. Wer kostet denn der Höllenschlauch? Der kostet mehr, ne? Ich würde gerne die hier nehmen. Ja, das ist cool. Äh, nicht eintauschen. Die kann man auch anpassen dann. Mit einem Laservisier oder... ...einer IAR-Optik. Ein Reflexvisier. Kann ich die hier noch anpassen? Laservisier. Ein Schalldämpfer. Der Höllenschlauch. Kappa. Ja, Mann. Die, der... Heißt der echt... Der Höll... Habe ich echt Höllenschlauch gesagt? Oh Gott, shame on me. Höllenhauch. Höllenhauch. Nein, Höllenhauch. Höllenhauch. Scheiße, was sag ich denn da? Wobei auch Höllenschlauch war auch schön. Hm. Also ein Reflexvisier würde hier eigentlich ganz gut sein. Hey, ich hab das gar nicht gesagt. Ah, ja, sehr schön. Das ist gut. Ja, komm. Steh in mir. Du Sau. Ich würde gerne Munition holen. Ah, hier vorne. Brauchen Sie einen Mund? Dann fragen Sie mich. Ja, Bruder. Ah, nee. Warte mal. Haha. Das ist... Das Ding hier mit Bolzen. Okay, das ist nice. Okay, Moment. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Dann können wir das wieder aufnehmen. Ich brauche dann dementsprechend erstmal hier ein paar. Ich brauche dann dementsprechend erstmal hier ein paar. Aber am meisten brauche ich das hier. Ich kaufe lieber alles mögliche. Wir haben vorhin sehr viel Munition verschwendet. Ja, Mann, Bruder. Los, spring in das Loch, Adjom. Ich bin da. Oh, ich finde hier Munition. Und etwas zu lesen. Ähm. Zünd das Ding an. Du Held. Okay. Ich lese noch vor. Ich lag mit André nicht weit. Ich habe ihn nur gewaltig unterschätzt. Er hat keine Angst vor der Flucht. Er macht nur Dinge, für die man wesentlich mehr Mut braucht. André hilft anderen bei der Flucht aus der roten Linie und er geht minütlich sein Leben. Er und seine Freunde haben viele Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Durch ein Netz aus verlassenen Gängen und vergessenen Tunnels, von denen die Roten noch immer noch nichts wissen. Die Flüchtlinge nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, die U-Bahn, um von der roten Linie und in die Metro zu entkommen. Doch für mich macht André das umgekehrt. Ich muss zur Front des endlosen Kriegs zwischen roter Linie und Reich gelangen. Ich nehme den Zug, der eine frische Ladung Kanonenfutter in den Fleischwolf schickt. Und der wichtige Teil ist das zu wissen, wann man abspringen muss. Komm ich hier nochmal aus? Nein. Oh, hi. Ich verstecke mich hier gleich. Ich darf hoch? Was ist das, ein Gepäckfach? Das ist ein Buch. Ich kann auf der Fahrt lesen, oder? Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Ja, würde ich mal hoffen. Oh. Warum gucke ich rückwärts? Muss ich zugucken, wie die Leute sterben? Ist das, ist das das Ziel? Hey, André? Ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubyanka wandern. Und das ist eine Einbahnstrasse. Hä? Lubyanka? Ist das, äh, Metro-Fahrplan? Okay, aufladen! Ja, das ist der Metro-Fahrplan. Oh. Ähm. Hi. Was passiert denn hier? Wow. Die Nähe aller Zivilisten, was er für den Geschraubenzüttel ist, oder wenn wir uns auf Seiten bestehen, haben wir uns versuche, einen Militärzug durch die Festentwicklung, oder der Beschreibung, oder andere Reitere dürfen die Berge zu bestreichen, werden die Tatschmerfen sehen, verraten wir an. Mörder? Oh! Wow! Sexy! Halt dich gut fest. Das wird eine Mordsfahrt. Schön, dass wir uns nicht sehen. Hä, warum wackelt er? Hä? Kann es nicht sein, dass... Er wackelt, weil die Leute entstehen. Warum? Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation... Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monete hier. Und du? Ich? Geh zu Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee, und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar! Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Zyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber... Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altharjunge. Ein Gefangenen der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pele geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Alter. Okay, okay, okay. Also bloß kein Selbstmord. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulecken. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Und diesmal wird es andersrum sein, oder was? Also das ist jetzt gerade mein Gefühl. Die schicken ja nur Leute in den Fleischwäldern zu gehen. Auf, auf, auf! 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 die leute sterben mit einem fall und ich kann sie rausziehen es macht sind nur der erste ist darunter gefallen das ist nicht so toll ich glaube die faschisten gewinnen wegen uns ist nur so eine idee also ich mag meine waffe oh fuck die zielen auf mich hör doch auf mich zu schießen ja das tut weh du hast gerade schüsse auf den kopf bekommen bruder ah ich muss sie aufladen ich glaube das ist das problem ok jetzt sind sie tot ok und jetzt muss ich erst aufladen ja ne so ein selbstmord ist schon cool hier hängt was in der wand ich mag die waffe hab ich das schon mal gesagt dass ich die waffe mag also gerade wenn du sagst ja komm lass mal sterben bruder wie viele menschen darf ich hier töten hinter mir kommt noch nicht der ist auch tot rohreiniger erst pumpen dann schießen alter das beschreibt das gewehr gerade sehr gut ich bräuchte mehr pfeile gerade wo werde ich angebummst ich glaube der hat einen pfeil gehabt cool die bleiben echt stecken wie viele schüsse habe ich denn noch mit dem ding oh sehr wenige ich war wohl sehr verschwenderisch ich muss ein bisschen vorsichtiger damit umgehen aber das ist das was ich wollte ok wir haben ein paar schüsse und das da irgendwie muss ich ja jetzt weiterkommen wie komme ich denn jetzt weiter wir dürfen nicht laut sein wir hätten wahrscheinlich auch schleichen können also hier komme ich nicht durch oder ne uiuiuiui der wird aber auf mich gefeuert der rohreiniger hier äh vielleicht nicht gerade damit schießen ich glaube das macht jetzt gerade nicht so viel sinn ich klaue mir noch mal schnell alle munition er ist tot würde ich spontan behaupten ich weiß ja noch nicht ja der war das war der falsche knopf äh wie komm ich da jetzt rüber ach hier unten ach okay ach okay aua sehr schön okay hier ist keiner immer schön vorsichtig sein ach warum hat mir denn keiner was gesagt aus da ist nichts über mir ist noch ein typ an einem fall gestorben ich würde gerne den fall mitnehmen ich hoffe nicht jetzt mit denen anfangen wir dürfen ja gerne weiter kämpfen ich würde das sogar sehr begrüßen der ist tot der ist auch tot ich wollte gerade sagen wir müssen alle töten ich hoffe es hat kein karma system das spiel fällt mir gerade ein wenn wir solche entscheidungen treffen können wie töten oder nicht töten spricht das nicht gerade dafür ok hier ist ne Waffe nur hier sind 2-3 Schuss oh Gott ich hasse es jetzt schon ok Licht aus 2-3 Schuss